Aaaaaaah Scheiße Wo war denn der letzte? Weit weg Wo ist denn der nächste? Weit weg da drüben Held Hä? Ich weiß es nicht Aber nice Wenigstens eh noch kann das hier Waaah hab ich gehört Ah ich auch Aaaaaah Ich hab was gekillt Es geht nicht unten ab? Weiß ich noch nicht Ah so ein Scheiß geht hier ab Die sind einfach nur da um wieder hoch zu kommen Wir müssen einfach nur rüber Aaaaaah Aaaaaah Ich kenn Katzen hier Ah Ah der ist in Giftgas gestorben Jawoll In Giftgas wirklich? Es geht nicht Ist gar mit dem Bounce Dinger nicht klar Ja Ich hab Feuer Oho Achtung Jawoll Ich hab ihn Okay Holst du das da drüben? Ja Gut Hm Okay Danke Mann Das war echt knapp Epic Skills Ähh Komm ich schon weiter hier Achso ich kann einfach rüberlegen Ja Ja Unten ist noch eins drinnen Aber Ich weiß nicht von wo wer rankommt Von der Seite der Wand Ja Rennt schon Ich hoffe Gut Ah nice Tja Also die Dinger gehen dann runter ne Ja Hoverboot Schade Lass mich mal ein Stück runter Warte mal Lass erstmal die Dinger runter Und jetzt Achso Da ist so viel oder was Na normal Ich will mal gucken ja Ob da Ob man noch was holen kann Da unten Kommst du noch weiter rum Ne Okay Sieht doch nicht so aus Komm wieder hoch Okay Warte lass mich mal hoch Da oben ist noch was Okay Ich übe jetzt viel Aber es krieg ich schon hin Mal mit hochkommen Dann lass einfach ein Podest bauen Da hinten ist ein Wasser Rechts guck mal Oh Okay Warte Okay Da haben wir es hier schon mal Muss man trotzdem noch nach links Mhm Cool Noch mehr? Das gar nicht mehr ne Ne Ne? Na dann war es bloß das Ach wo? Ist geil alter Ne Ich weiß Okay Kannste hinlegen glaub ich oder? Oh ja nice Ich will doch nicht mehr springen gewesen da Ah schon gesehen Ach hier ist wieder rutschig Ich häng dran Das ist das schlimmste was du machen kannst Nicht an ein Explosivfass hängen Alter Ich hab hier einen Stein Du machst hier was kaputt Was hast du? Einen Stein Cool Geh mal rufen Hier unten Ich glaub wir brauchen das Fass auch noch irgendwie Ne Meinst du? Ne das ist riesengroß Ne das kannst du bestimmt Das nimmst du bestimmt um irgendein Ding kaputt zu machen Achso Oder so Falls du den hammer Ne mach echt keinen Sinn Ah Das ist ein Dings Mann Ja Na jetzt Ich muss den Hebel irgendwie machen Du musst da mir was hinlegen Ja dann mach Oder mach den Hebel ja Zack Ach damit kannst du die Dinger machen Ja toll Brauchst du das? Ja ich muss dich irgendwie schützen Ne ob du das brauchst Die Klappen da Ich werd mal gleich mal sehen Ich bring einfach mal runter Huiii Ne brauch ich nicht Ja ich kann mir selber einen Weg bauen Okay Geht was zu lesen Es tut mir leid dass ich nicht bemerkt habe wie du die Feuer verlassen hast Herzlichen Glückwunsch zum 16 meine liebe Oh super sweet 16 da Mhm okay Fahrstuhl ist bereit hat der Herr Jawohl Zweite Etage Damenunterwäsche Ist da noch was? Daumenunterwäsche, okay. Ne, was nicht mehr. Hier aber auch ne. Ne, muss er doch runter. Ne? Ich opfer mich. Okay, tschüss. Und? Er hat Margaret geschrien. Ah, okay. Ist er tot? Ne. Ist das tot? Sehr nice. Die Pilze der Finsternis, ja, das glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Wo war der Trine jetzt? Trine. Margaret, hat er gesagt. Geht's nach links? Na, hier ist noch ein Ding. Okay, geht's hier nach links. Hast du es vor uns gelesen, was stand? Das Buch? Ne. Zack, schabernackt und stummt im Zauberwald. Ach du Scheiße. Na, who's epic now? Stell dir mal vor, du hättest noch nicht Planke erforscht. Hättest du so viel nicht machen können, oder? Du musst ja wirklich irgendwann die Planke erforschen, sonst hast du ja keine Chance. Ja, ne? Wenn du das vergessen hast, hält mich so ins Gänsatz, ja. Ja, du kannst resetten. Ah. Du kannst resetten, die Punkte. Okay. Äh, warte mal, flieg als Spinne. Hier, friss. Wir können hoch, rüber. Können wir uns eingebaut. Wir lassen jetzt meine... Ey, geil, guck mal, das steht. Ja. Das war mein Plan. Das ist alles kein Ding hier. Oh, shit. Oh, oh. Hätt doch erstmal die Dinger an. Alter. Alter. Oh, shit. Oh, das war Horde jetzt. Ich hab mir das Herz in die Hose gesungen. Überleg mal, ne? Jetzt mal real-life-mäßig, wenn du plötzlich hier von so einem Kurschen... Jetzt mal real-life-mäßig. Genau, als wenn der Limbo als real-life-mäßig ist. Nein, ich meine, wenn du plötzlich, äh... Ach, Alter, stellst du nicht mal Kisten auf mich rauf? Entschuldige. Ich komm hier selber die ganze Zeit nicht rauf, wisst du? Wenn du Scheiße da raufstellst. Dann plötzlich von so einem scheiß Kelch empführt los, und dann in so einem Land hier landest, ey. Wo überall alles grün leuchtet, und übrigens die Pilze am Start sind, und irgendwelche Pflanzen, die ich fressen wollen. Ist du da links schon gewesen? Äh, ja, war ich schon. Och, halt doch mal den Scheiß, die Scheißschaukel an. Das geht mir voll auf den Sack, ja. Ja. Fertig. Und plötzlich, äh, wirst du ne... Oh, was ist denn hier los? Ah! Alter. Du weißt, dass das Ding da ist, und da schreckst du dich wie blöde. Das ist voll geil. Ich hab' ihn auf dem Blatt aufgespielt, guck mal. Da war noch ein Zeug unten. Guck mal, das sieht voll Edipetete aus. Mit so einer Hand. Ja. Bist du rumspringen? Die haben ja jetzt ein Level abgekriegt. Hier ist Schnee. Ich hab' irgendwas eingesammelt. Äh, ja, steht so aus. Machen wir die, äh, die, die Kiste. Nice. Oh, die Kiste. Okay. Guck mal hier, sie kann dran wackeln. Neuralparasit hab ich angewendet. Mit'm Hintern voraus! Ich hab' mir den verlaid. Haben wir irgendwo Spieße? Könnt man auch spießen. Hätten wir'n los. Wenn man nicht so spieß, in jeden Fall. Achso, na, sorry. Sieht ganz schön gefährlich aus, wenn du mich fragst. Besser? Ähm, ja, aber... Ja, ich bin durch. Ups, ich bin tot, aber... Hab dich. Kannst du auch einfach... Achso, bin schon wieder da. Geil. Achtung! Wow. Sieht's aus, als könnten wir diese... ...diese Wand hier drüben zu legen, kann das sein? Guck mal. Wir goblins! Äh... Hast du die alle kaputt? Ja. Komm mal her. Du hast grad'n Fass angezündet. Ups. Oh, warte, ich war grad angeschossen. Was können wir mal? Geh mal herüber mit'n Krieger und klopp mal hier die Wand. Höher! Ja. Es geht nur um ab. Ich hab so'n Goblin einfach... ...von oben ins auf die Mütze gegeben mit'n Hammer. Wie ist's geil. Auf Dudes? Sieht einfach nur übelst lustig aus, ja. Schön. Kommst du wieder runter? Nee, ich komm rechts runter. Ach, da geht's weiter oder was? Mhm. Nein, noch ein bisschen Dynamit. Und Goblins. Ja, kannst du haben. Ist für dich. Oh. Ach, der ist doch schon tot. Ich will mal da oben nach hinten. Danke. Achso, ich kann ja einfach auch so machen. Mhm. Mhm. Aber das wäre halt zu einfach. Ehh. Ich bring mir ein Loch. Ähh, geh, ne. Boah! Schnapp. Da muss ich doch oben rüber. Hä? Ich rette dich! Okay. Hehehe. Alter, Feuermann! Wow! Was geht denn bei dem? Ich weiß es nicht, ich bin gleich tot. Hehehe. 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 Wir haben Levelaufstieg, ne. Alter, das geht aber jetzt fix, ja. Zwei Punkte, äh, äh, drei Kisten, oder? Ist egal. Oder wollen wir drei warten auf explosiver Pfeil? Oh ja, explosiver Pfeil. Okay, dann warten wir noch ein. Typ ist Bock drauf. Explosiver Hammer ist auch gut, ne. Mhm. Aber den hast du halt nicht so oft, ne. Da musst du halt ein bisschen warten, oder? Ja. Wah! 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 Ja. Siehst du da was? Hebel. Oh, okay. Da ist ein Auto. Warte mal kurz, ja. Ähm. So, der Hebel bleibt, du kannst mit hochkommen, oder so, wie du willst. Kannst du mal mit runterkommen? Wieso? Ich bin ja gerade bis am Abhängen. Okay. Kannst du mal eine Planke unter mir bauen? Nee. Seh dich nicht. Das ist das Einzige, was ich kann. Oh ja, warte, das ist okay. So, warte. Nee, nee, wieder runter, wieder runter, da geht's weiter. Ach so. Also nach links lassen, versteckt. Nein! Ich hab meine Planke zerlegt. Okay, ich kann dich nicht wiederbeleben. Oh. Geh nochmal raus und wieder rein, ja. Jetzt, jetzt. Nee, nee, nee. Geh wieder hin, ja. Okay, nice. Jetzt. Dann lass focus er mouths nach dorthin.